Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich wollte euch mal eben aufklären, warum die letzten zwei Wochen keine Videos kamen und das hat folgenden Grund. Und zwar hatte ich einfach, ich war fertig, ich war fertig, ich war komplett fertig. Ich hatte zwei Wochen lang Blogpraktikum und ja, das hat mich einfach geschleift. So, ich war von morgens um sechs bis abends um sechs einfach weg und war dann abends nur noch da zum Essen und ein bisschen Videos gucken und vielleicht nochmal eine Runde zocken mit einem Kumpel. Und ja, das hat mich einfach fertig gemacht. Es kamen ja auch zwischendurch mal ein paar Tage keine Videos oder nur ein Video oder so. Und das hatte halt auch diesen Grund, weil ich einfach, ich kam nicht hinterher mit dem Aufnehmen, mit der Zeit an sich und war einfach komplett fertig. Und dann war das Blogpraktikum vorbei und ich hatte wieder normal zwei Wochen Praktikum, zwei Tage Praktikum und der Rest Schule. Eine Ausbildung übrigens nebenbei, ne Leute? Nicht das hier, ne? Euch jetzt wundert, warum ich Praktikum sage. Es ist Ausbildung zum Erzieher und da habe ich halt zwei Tage Praktikum, zwei Tage Praxis und drei Tage Schule. Und ja, auf jeden Fall war dann wieder alles fit, was die Wochenzahl angeht. Ich hätte wieder aufnehmen können, wieder mehr Zeit da rein investieren können. Allerdings, letzte Woche, was ist letzte Woche? Nicht jetzt letzte Woche, sondern die Woche davor. Das heißt am 15. oder so. Ne. Doch. Ich glaube irgendwie, also so 15. oder irgendwie sowas in der Art die Woche. Also, den Mittwoch hatte ich einen spontanen Lungenpneumotorax und bin dadurch ins Krankenhaus gekommen. Und lag da dann ein paar Tage, so. Konnte währenddessen halt nicht aufnehmen und nicht streamen, so. Ich habe es auf Twitter auch geschrieben, dass ich im Krankenhaus liege, deswegen immer gerne Twitter abchecken. Link ist unten in der Beschreibung, damit ihr für solche Fälle dann informiert seid. Und ja, ich hatte halt dann keine Möglichkeit, irgendwas hochzuladen oder so. Und dann kam ich halt aus dem Krankenhaus raus, habe mich dann aber tatsächlich erstmal noch diese Woche, die ich jetzt auch krankgeschrieben war, ausgeruht. Und zwischendurch immer nur mal ein bisschen was aufgenommen. Ich habe jetzt drei Folgen oder so von Mystery Dungeon. Eins, zwei, drei, ah ne, sogar vier Folgen von Mystery Dungeon über die Woche aufgenommen. Aber halt noch kein Walking Dead wieder, weil ich erst gestern einen kurzen Stream gemacht habe, nur. Wirklich nur kurz und der war nur dreieinhalb Stunden lang. Was heißt nur, aber, ne. Ich habe da halt Dark Souls gespielt und nicht Walking Dead, deswegen habe ich da noch nichts weiter. Aber ja, ich wollte euch deswegen nur informieren. Es geht bald wieder los. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon wieder losgeht. Aber spätestens definitiv im Juli. Ich gucke nochmal, ob ich jetzt noch ein zweites Nebenprojekt neben Walking Dead und Portale in die Unendlichkeit anfange. Weil ich halt gerade Walking Dead nicht auf Platte habe. Und dass ihr dann trotzdem zwei Videos am Tag habt. Und ja, nehmt es mir nicht übel. Ich habe es nicht vorausgeplant, dass ich auf einmal im Krankenhaus lande. Ähm, aber ja. Das ist der Grund. Nur, damit ich euch endlich mal aufgeklärt habe. Hat lange auf sich warten lassen, weiß ich. Aber, das soll man machen. Ähm, gut. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es weitergeht mit täglich zwei Let's Plays. Zwei Let's Play Folgen. Und dann sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.